Wenn der Besitzer wieder einmal vorbeikommt und sucht sein Handy und findet das nicht. Wenn du nicht sicher bist, dass du den richtigen Besitzer findest, dann am besten fängst du weg davon. Was ist das? Er sagt, dass du nicht gewusst hast. Warum solltest du nicht gewusst? Ja. Das ist ein bisschen gewusst. 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 Ist das ein bisschen gewusst? Nein. Ist das ein bisschen gewusst? Das ist ein bisschen gewusst. Sollte man auch in diesem Ort, wo man schon das Gerät gefunden hat, auch bekannt geben, dass auch ein Gerät hier gefunden haben, damit auch die Leute, die sich hier im Ort befinden, auch leicht beschadet wissen, dass da bestimmte Besonderheiten auch in der Hand haben. Ein Jahr lang. Ein Jahr lang muss auch bei ihm sein. Wenn der Mann das Gerät er sich um, dann hat er nicht. Nach einem Jahr hat jemand den richtigen Besitzer nicht gefunden, dann sollte er das Gerät nicht machen. Ja, dann kam er aus. Und er hat hier einen Beobst, und er hat diese Beobst, vor dem Barsch, auf dem Weg. Alles ist gut. Er hat sich gut gemacht. Und er hat sich zwei iPhone Plus 6. Er hat sich geholfen. Er hat sich geholfen. Er hat sich nicht mehr. also wenn ein Bruder zum Beispiel auf die Straße geht und findet ein schönes Auto, ist alles breit, dann sagt er, Alhamdulillah, er wird eine Sache gefunden, das ist mehr, ich darf natürlich die Sache behalten, für ein Jahr vielleicht. Nein, das ist kein Grund, das ist keine Sache, die man schon mitnehmen soll. Auch wenn wir, in derétend genüiden, dann finden sie Dinge, eine Sache, Dinge, auf eine Sache, hat sie, Sachen, 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 Sachen gibt, die Kinder, Sachen, Sachen, die wir religionen haben, Die Frage ist, ob man solche Sachen mitnehmen kann, die Antwort ist ja. Die Frage ist, ob man solche Sachen mitnehmen kann, die Frage ist, ob man solche Sachen mitnehmen kann, die Frage ist, ob man solche Sachen mitnehmen kann, Er sagt, er hat diese Dalle. Er sagt, er glaubt, dass sie sich verletzt. Aber er findet, dass sie sich verletzt, dass sie sich verletzt. Er sagt, er hat sie verletzt. Oder er hat sie verletzt. Findet man diese Tiere, diese gefundenen Tiere, in einem bestimmten Platz, zum Beispiel auf einer Wiese, oder auf der Straße, über eine Wiese, oder auf dem Feld, kann man natürlich, und darf man natürlich solche Tiere nicht mitnehmen, sagen wir mal, es sind gewohnt wie eine Sache, ich darf die Kuh mitnehmen. Aber findet man solche Tiere, in der Wüste, gewöhnlich in der Wüste, wo keiner da wohnt, zum Beispiel für die Windows weiter, wenn jemand solche Tiere in der Wüste findet, und wenn man diese Tiere nicht mitnimmt, vielleicht gehen sie kaputt, oder werden einfach tot sein, dann darf man auch diese Tiere mitnehmen. Wenn man diese Tiere nicht mitnehmen kann, wenn man diese Tiere nicht mitnehmen kann, von der Sera, von der Sera, dann kann man diese Tiere nicht mitnehmen. von der Sera, von der Sera, von der Sera, Wenn diese Tiere noch klein sind, also Säulin sind, Säulin sind, zum Beispiel, wenn sie noch klein sind, und diese kleinen Tiere können sich nicht verteidigen gegen Raubtieren, die Löwen und so, dann darf man auch mitnehmen. Wenn sie aber diese Tiere sich verteidigen, dann darf man auch diese Tiere nicht mitnehmen. Also zum Beispiel, die Tiere und die Tiere nicht mitnehmen. Diese Tiere können sich nicht mitnehmen, von der Sera, von der Sera, von der Sera. Die Tiere und die Tiere. Diese Tiere können sich nicht mitnehmen, von der Sera, von der Sera. Hat man Höhne gefunden, die schon vielleicht gegen kleine Raubtieren? Kleine Raubtieren. Solche Höhne können sich nicht verteidigen gegen kleine Tiere. Darf man diese Höhne mitnehmen? Ja, aber man muss auch diese Höhne ein Jahr lang braten. Aber ein Kameel ist ein großes Tier, kann sich verteidigen gegen kleine Raubtieren, gegen kleine Raubtieren. Ja, genau. An der Sera, die das ist, wir haben uns diese Höhne gesehen, und das ist, wir haben uns diese Höhne gesehen. Das ist, wenn es ohne diese Höhne gesehen hat, dann wird das Verhältnis von der Sera. ja 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 findet man eine zweite gruppe von gefundenen sache sind personen findet man ein kleines kind auf der straße muss man ja man ist nicht das kind ist zu nehmen und nach seiner angehörten frage mittlerweile haben wir heute zu Tage bei diesen häuser in fast in jedem land wo man schon auch diese kinder in dringend kommt soll ja 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 Ich bin 60 Jahre alt. Und auf die Rache des Senns? Das ist 6 Stunden. 6 Stunden. Wir sind heute noch mal nach Rache des Senns. Ich bin 60 Jahre alt und ich bin 50 Jahre alt. Ich bin 60 Jahre alt. Ich bin 50 Jahre alt. Ja, ich bin 50 Jahre alt. Ich bin 70 Jahre alt. Ich bin 70 Jahre alt. In the kicked didn't Gosh antic 교육. Forrki das ist meine fried unverg thank you. Ich bin 70 Jahre alt. Ich bin 50 Jahre alt. Ich bin 70 Jahre alt. Dr. AL-할 Also Lew 승 Es werden gesagt, dass wir vielleicht bei unserer Versammlung oder bei einer bestimmten Sitzung auch zwei Lüste vermeiden sollten Zwar Lüste von Genitalien und Lüste von Stungel und in der Grunde, wenn wir mit dem Ketab der Nekah dann keine Ahnung, denn wenn wir uns über die Ketab der Nekah 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 Andersrum, wenn wir hören über Kauf, Thema Kauf und Bekauf, oder vielleicht über Taukid, über Salat, über Zakat, dann ist das nicht so für die Nafse zugegeben. Erschließung ist eine Sünna von allen Gesammelten, Allah SWT. Wenn jemand heiraten kann, dann sollte man heiraten. Dann sollte man über das Thema gar nichts reden und auch nicht klar sein, wo schon über das Thema gewinnt werden. Man sollte in diesem Fall viel was essen. Man sollte zu wenig essen, dass man nur den Taukid hat. Man sollte nicht auf den Markt gehen, in Zeiten, wo schon viele Menschen versammeln, nur dann, wenn man wirklich was braucht und nur dann, wenn zu wenig Menschen auf dem Markt sind. Man sollte zu wenigstens sein, wie? Man sollte sicherlich ein paar Dinge verraten, wie? Internet. Internet. Computer. Man sollte sich mit Internet-Computer sprechen. Man sollte diese Geräte nicht mit dieser Geräte verraten. Man sollte die Geräte nicht mit der Geräte verraten. Man sollte sich nicht so hoch schnähten, die Smartphone kaufen. Man sollte nicht so hoch schnähten, dass man immer mit einem Menschen verraten kann. Man sollte versuchen, niemals alleine zu sein. Man sollte nie schlafen, es sei denn, man ist totmüde. Man sollte einfach oft zu oft gemütlich den Geweber besuchen. weil wenn man den Gebäude nicht glaubt, dass man nicht in den Geweber gehört weiß, dass man nicht zu viel. Weil wenn man auf die Geräte, oder viel Türen, wie man wie hier gesagt, besucht, werde man nie auf den Gedanken kommen, dass man... oder werde nie auf sich Gedanken und einfach die Idee kommen. Wenn man nicht in den Gegend auf den Gegend auf sich oder nicht in die Idee kommt. Man sollte nicht in den Gefängnischenichen gehen, weil man nicht in den Gefängnischenichen sein muss. Man sollte sich nicht in den Gefängnischen rhythmischen Gewege sein. Man muss den Menschen im Gefängnischen und Barsch mit dem Gefängnischen Gewege sein. Man sollte sich in diesem Fall auch von Angehörigen entfernen, das heißt, man sollte nur mit ihrem Gesellen wohnen. Man sollte nur auch noch schlimme Menschen begleiten. Man sollte auch seine Arbeit zumachen, wie man schon verboten ist, wie Frauen. Man sollte es zum Beispiel sein Gehör anpacken. Man sollte es zum Beispiel zu dämen, dass er schon zu wenig Minuten schreibt. Man sollte das Gehör anpacken, das heißt, man sollte das Gehör anpacken oder lernen. Man sollte einfach einen guten, frunnen Kreis auch suchen und begleiten. Man sollte immer wieder darüber nachdenken, was Allah für getrunkenen Menschen auch vorbereitet hat. Man sollte immer wieder auch daran denken, dass Unzucht schuld ist. Wenn jemand das begeht, bekommt auch, sag ich mal, wieder in seinem Angehörigen. Manchmal haben sie Probleme mit sich selbst und versuchen, dass andere auch mal zu wählen, wenn sie mal bei Allah kommt. Und ich kann das nicht sagen, ich kann das nicht vertragen. Und man sollte auch verleugnen, was Allah subhanahu wa ta'ala herabizend sein. Also wenn er manchmal verfügt von ungläubigen Frauen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, In Koran ist eine gläubige Dienerin viel besser und mehr als ungläubige. Aber was er will, mit denen 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 er will. Und dass er will, mit denen er will, mit denen er will. Man sollte sich fragen, was wird einfach machen mit einer Frau, die schon mit Mann gehabt Eigenschaften erschaffen wird. ist, wie zum Beispiel Eifersucht, Betrug, eine Frau schon ihre Tage regelmäßig bekommt oder manchmal auch Betrug, das haben wir schon erwähnt, was macht man auch mit einer Knoche und vergisst, was Allah subhanahu wa ta'ala für Geläubige über das Projekt hat, von Frauen, die vollkommen nicht vorgehen. Ja, das ist eine Sache, man muss sich wissen, wer nicht kann über den Nikaah und nicht zu sprechen, man muss sich nicht erinnern, und man muss sich nicht erinnern. Jemand, der noch nicht in der Lage ist zu heiraten, sollte man das erfahren. Ansonsten sollte man auch das Thema so wenig wie möglich erwähnen. Man muss sich nicht auf den Nikaah von Walid und man muss sich nicht erinnern. Bei der Erschließung muss jemand einen Vertreter haben. Und zwei Zeugen. Und zwei Zeugen. Und ein Gebot und ein Gebot und ein Name müssen auch vorhanden sein. Ja, und auch noch ein Gebot. Also ein Gebot und ein Name müssen auch vorhanden sein. Ja. Und ein Gebot und ein Gebot. Das heißt, man muss einfach ein Gebot und ein Eigenjacas geben. Aber nicht von diesem Gebot. Ich glaube, man muss einfach ein Gebotungen haben, welche die einen Hüc к Achnen brauchen. Und einen Gebot und ein Gebot haben. Also, wenn sie einfach Sachen über die Respect geben müssen. Also ich auch schlechte, weil sie eine leire churches ausnehmen müssen. Also, wenn sie sich da nicht – nach zweit dronen Die Nachrichten werden mit dem Bewerb des Zolles Die Menschen werden mit dem Bewerb des Zolles Und dann haben sie die Kinder 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 Sie werden eine Verkaufung Bein und bei der Frau oder der Frau Und dann haben sie die Kinder Die Nachrichten wird Die Nachrichten In der Regel Wir beginnen einfach mit den Klaaten beim Thema Tück ja speziell beim kapitel umgang oder handeln beginnen immer mit dem kauf und verkauf und danach ist es um danach scheinung und danach käme nicht rein aber noch nicht damit haben wir noch jetzt auch und nach dem